hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu texet in der letzten folge haben wir am ende noch das silizium schneller gebrannt für unsere speicher festplatten und ich würde sagen dass wir die jetzt auch direkt verarbeiten mit der silizium presse und silizium rein die katieren muss aber die presse zu hauen dann haben wir das immer schön durch mal schauen dass wir das alles hier mal brennen das ist jetzt nervig haben wir den silizium druck und der kalkulationsdruck glaube ich war mit dem anderen dann würde ich auch mal kalkulationsdruck mit einem teil hier oder das war so momentan warte mal warte mal der hier braucht ein kalkulationsprozess und diese 4k teile ich brauche acht von dem scheiß holy shit ist so teuer der redstone und logik schaltkreis also bei euch noch drei gold mein schönes gold ich habe mittlerweile mehr gold als alles andere glaube ich haben wir mal schnell den logik druck in die gold platte rein und dann brauchen wir drei das geht sich genau aus glaube ich es wäre mega nice wenn sich das haar genau ausgehen würde 4 1 2 3 4 ihr kommt hier rein ein redstone und einer von euch nice und dann nochmal zack 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 noch ein logik druck und noch einmal die falsche platte hier schauen wir nochmal schnell bei dem 4k modul wie viel oder was das braucht auch jetzt dann ok 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 krieg ich hin das krieg ich hin also jetzt sagen dass das noch da oben muss und der redstone in die mitte oder was seid ihr so penibel jetzt oder was ihr ersche so ich sehe schon da kommt ich auch wieder mit einem so drecksmodul raus und so ich habe jetzt fünf von den teilen oder zehn stück ich bringe noch zwei weitere ist es eklig so eine 4k komponente kann 63 typen und 4.000 bytes halten wie viel kann so eine 1k komponente halten denn es ist simpel 1k 1.063 sachen bedeutet wir hätten für 1 über zehn plätze beziehungsweise 15 plätze für ein item wenn ich mir jetzt gar nicht verrechnen so circa 15 es ist nicht viel das haben sie schon recht aber du kriegst halt doch 63 typen kriegst schnell zusammen und da hast du halt für einen typ das vierfache vor allem bei unserem ding vorkommen war es schon ganz schön ordentlich gottes willen es gibt mir so warte mal hierhin so dieses 4k modul braucht diese 1k modul 1 ich hätte die auch besser machen sagt sowas wieso könnte ich jetzt nur 1 machen 1k modul um ja schon die fehlen hier noch ekelig an dem was kann man mit vorne Holy shit Okay Die Speicherplattformen sind auch eklig Macht das noch Weil es nachher ist oder was Ich gehe mal kurz Oh meine Tür ist wieder offen Ich gehe mal kurz pennen Zum Glück ist keinem aufgefallen Dass meine Türen offen standen Das ist Und war vorteilhaft Das geht jetzt hoffentlich relativ flott Dann kann man später auch Wasser Von hier direkt reinpumpen Und das direkt anschließen Wäre natürlich auch wieder von Vorteil Wenn das alles an Wasser angeschlossen ist Gib mir den einen noch Ich muss das hier fertig machen Ich kann mal gucken Ich habe die ganze Zeit nicht draufgehalten Da nicht Wir kriegen das 4K Modul Für diese Folge hin Weil dann würde ich versuchen Alles in diese Modul reinzupacken Ich will keine Kisten mehr sehen Ich will einfach nur noch sammeln Das Problem ist Ich habe so viel Zeug Und da muss ich sortieren Ich habe keinen Bock auf sortieren Das ist nicht so vorteilhaft Weil mir auch keins Irgendwie mehr Typen halten könnte Das ist diese Assi Sache Gibt es mehr als 63 Blöcke Oder träume ich jetzt Gibt es mehr als 63 Typen im Spiel Wie viele Blöcke gibt es denn hier Okay Bei mir gibt es sicher mehr als 63 Blöcke Allein schon mal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Zwölf Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn 120 Allein hier verschiedene Typen Ja Haben schon recht Sind mehr als 63 Ich werde auch nicht alle haben Nicht unbedingt Wäre cool Wird wahrscheinlich nicht passieren Muss ich wahrscheinlich drum hoffen Dass es auch nicht passiert Und sonst habe ich echt ein Problem So Jetzt sollte ich aber das 4K Modul bauen können Oder das hier Jo Geht 4K im E-Modul Und das 4K Modul Ich habe kein Eisen Ich Idiot, ich habe kein Eisen So Hier ist Aluminium Warte mal Wo ist Eisen? Da Boah, ich habe weniger Ich habe Fucking nochmal Mehr Gold als Eisen Was ist das denn? Was ist das denn für ein Zustand? Warum bin ich jetzt für die Scheiße wieder hochgelaufen? 4K Modul Fertig So Einsetzen das gute Stück Kling Und jetzt hat Oh Scheiße Ich habe nur so viel Scheiße Oh nö 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 Ich habe so viel Scheiße gesammelt Never Copper One Never Wreck Never Conduit 15 Tonnen Was er ist die Können wir natürlich anschließen Direkt Ne Weltenagel habe ich auch noch hier Ein Conduit Binder Oh Gott Ich habe so viel Scheiße Aber ich kann wenigstens Rohstoffe Jetzt alle reinpacken Also zum Beispiel dich Und dich Und dich Und dich Und dich Und Or Und Habe ich hier noch Wo Orgien lagert Den Sand zum Beispiel Und den Marble Und den Granit Und den Detroit Und den Kies Den ganzen Kies Kann ich doch sicher Alles hier drin Lagern Ne Wird absolut Kein Problem darstellen Mit euch Auch da drin Schon gelagert Ihr könnt auch Wer praktisch Wie viel sind voll Alter 53 Typen 0 Die wurden noch nicht mal angefangen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 6,9 Das könnte sich ausgehen Wenn ich Aber nee Das geht sich nicht aus Oder Doch geht sich aus Liebe Kinder Mach das nicht nach Was ich jetzt mache Das ganze Essen Muss in meine Kisten Alles Essen Alles muss in meine Kisten Oh scheiße Mein Inventory Ist full My friends Mein Inventory Ist full Jetzt ist die eine Platte voll Das könnte schnell gehen Ich glaube das könnte Sehr sehr schnell gehen Aber ich will das nicht Mehr in Kisten haben Ich will die Kisten Auf ein Minimum reduzieren Und wenn es sein muss Am besten Nur die unnötigsten Sachen Da muss ich aber irgendwann wieder anfangen Zu verbrennen Der Nachteil natürlich an dem Zeug ist Das kommt auch immer wieder nach Das ist ja wie Unkraut Das kommt immer wieder Wie schaut es mit der Festplatte aus? Ach das hat Das geht ja Das geht ja sogar noch Macht jetzt einfach Voll mir scheiße Alter ich hab noch nie Die Hälfte voll Ah ja hier Hab ich noch Essen Omelettes Da sind noch sogar Da sind sogar noch Rohstoffe drin Die ganzen Rohstoffe Die ganzen Rohstoffe Jetzt haben wir aber noch Platz oder Jo Wir haben immer noch Platz Jetzt haben wir schon mal Ordentlich Eigentlich zusammengeräumt Ich brauche einen Sortierbutton Jungs Also hier sieht man schon Es hat sich ordentlich Aufgeräumt Das ist schon mal vorteilhaft Aber Chest Schau mal bei Chest Kann ich mir eine Diamant Chest Oder so was machen Voll viel Fest Chest Diamond Chest Plate Ne, geh und chest Transporter Obsidian und Sticks Hab ich Obsidian noch? Doch sicher noch irgendwo Obsidian oder? Ne hab ich nicht What? Keine Obsidian mehr? Oh wow Ich wollte eigentlich Chest schauen, ne? Schauen wir mal Jetzt zum Beispiel Diamond Chest Das sind Diamant Diamond Truhe Iron Chests Und da Iron Chests Gibt es die Okay Iron Damals Die Kristalltruhe Die Silvertruhe Die Kupfertruhe Also noch Gold Aber ich hab nicht mal ne Gold Truhe gebaut Ich voll Depp Kann ich auch Gibt es ja auch upgrade Gold zu Diamant Eisen zu Gold Easy Ich brauche 1 2 3 4 mal Ich brauche 1 2 3 4 Die manchen sollte vielleicht nicht machen 1 2 3 4 Ich brauche jedes 8 So, dann hab ich jetzt für jedes genau ein Upgrade Easy Chest Upgrade Ich brauche das weg Klipping 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 Und Klipping Ja da ist ja viel mehr Platz drin Easy Und jetzt brauche ich noch so einen komischen Trageteil Zum Tragen von Chests Chest Ich brauche es auf Gold Level Bedeutet ich brauche Gold Ja das ist ja Einfacher geht's ja nicht So, zack Jetzt wisst ihr auch warum ich den 1 Stick die ganze Zeit behalten hab Ähm, ähm So Holy Shit Ist man langsam Oh Mein Gott Wie lange hält das an? Das wird anstrengend Jungs Die paar Drohnen hier rüber kriegen Ich bin So Lang Sam Helft Mir Helft Mir Du 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 Alter Das ist so übel wie lang das anhält Ich freue mich schon endlich auf der neuen Hütte In der neuen Hütte zu wohnen Du bist leer, ne? Du bist leer Dich bauen wir einfach ab Der Vorteil ist natürlich wenn du so eine fette Hütte hast Du hast Platz Da könnte man zum Beispiel hier noch eine Stufe tiefer wollen und sagen Unten ist der Workshop oder sowas Sobald du genug Lagerzeug hast du zurück zum Lagern halt, ne? Easy Drohnen sind drüben Check Jetzt müssen wir morgen bloß den Server noch rüberpacken und dann sind so gut wie alle Sachen drüben Verkabelung müssen wir nochmal neu machen und 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 Aber das kriegen wir gleich alles relativ flott hin Aber das machen wir erst in der nächsten Folge Ich hoffe es hat gefallen Wenn ihr ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Abonniert wenn ihr ihn nicht habt Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also bis dann Ciao 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 Ciao